Schade, ich dachte, ich wäre das Schild. Okay, kann das nicht lassen. Ich muss einfach immer gambeln und drücken. Es geht nicht anders. Ich will hier nicht klippen. Komm, ich nehme mich aber wieder hier. Nein, ich meinte damit, ich muss immer gambeln, dass ich hier noch ein geiles Item werde. Ah ja, geil. Ich hoffe, das funktioniert. Was mache ich hier? Ich bin hilflos. Ich bin hilflos. Was ist ein gutes Versteck für diesen Kasten Bier hier? Das hier auf jeden Fall nicht. Wenn ich ihn so stelle. Ist nicht gut. Das ist nicht gut, aua. Ja, das war es erwarten. Auf die Tanksäule. Okay. Meinst du, ach so, ja. Ja, okay, ich check, was du meinst. Ja, kann man schon machen, stimmt. Ja, okay.